dass du in dem richtigen augenblick springen musst hier gibt's autos klar das war glaube ich die erste runde ja genau da haben wir uns kennengelernt also wir alle zusammen ja da war auch denkst du bist ja da war auch glaube ich allerdings dass die mit dabei nein aber so gerade doch das ist nicht wahr der brauche ewig mit seinem scheiß nachgeladen das war eine muskete die dauert ewig beim nachladen ist auch gemerkt ich höre wieder autos markus da dreht sie sich einfach um ich habe mich erwischt nein doch ja verdammt du hast ja gar nichts mehr eigentlich ich habe ihn aber noch erwischt miss ich habe mich auch gut angeschossen die kleine kämpfe nein auch mann landig direkt vor seinen füßen alle aber mitten in die fresse habe ich dann auch gemerkt und der wieder her ja alter bewegt sich doch wenigstens mache ich doch ja nie ja ja gero, wauw anta manbier das ist nicht wahr ich habe sich geträgt habe wieder der rakete ausweicht ich habe das gehört durch vorgegangen wird das tor gehört dieses klingen nein hatte gedacht keine waffen machen das scheiße die ganze zeit hat es steht einfach die ganze zeit noch irgendwo auf der stellung kommen wahrscheinlich ja und geschieht mit der chefaket nicht die geldreife macht natürlich gegen arbeit dagegen geschossen haben ein bisschen klatschen ist eine kugel ab und klatschen auf die fresse was ich nicht sagen dass ich jetzt raketen werfen ja war gut trotzdem noch gewaltig ist eine bombenstimmung wie er da weggeflogen mache dich weg ich bin fort mit dir, du erhöhst dir gar keinen sozialen Kontakt Deine scheiß Haftminder bringt dir auch nichts Ja, ich hab das doch zugeholt Ja, lege dich auf NEIN DOCH Ich war, weißt du, ich krieg dich nicht durch die Scheiß Tür, aber du ruhig, ja, oder was? Ein Rennwagen? Ich hab am Anfang rum ALTER, du will nicht kaputt NEIN DOCH OHHHHH Ne, Junge, Junge, was geht dir aus? Wenn ich halt hier rein Das sag ich auch mal, wenn ich bei Svenja will Ich hab eben drei Punkte Also drei, drei gesamten Punkte Eingesammelt Ich kriege noch zwei Ich kriege noch zwei Ich kriege noch zwei Verdammt! Ich hab noch zwei Punkte Und ich falle wieder mit seinen scheiß Klotzpack-Kroni zu geben Jawohl! So gut es sein, Affe, mindestens Huhn und so. Hätte ich mich nicht mehr umreden können, hätte ich wenigstens was Nettes gesehen. Heute den ganzen Tag eigentlich schon wieder. Kevin, du bist wieder auf dem letzten. Momentan ist es halt so, dass es nicht läuft. Letzte Woche hieß es, das liegt am Controller. Heute liegt es auch hier. Letzte Woche an dir. Letzte Woche tatsächlich. Teilweise ja. Ich weiß nicht, alles gut. Ich hoffe, es hat Spaß. Nö, also Spaß. Da müssen wir definitiv sagen, wir haben definitiv Spaß. Auch Morus, wir sind wieder zusammen. Komm, wir machen eine Wette. Gehst du mir wieder fremd? Ja, ne, es geht bekannt. Morus tausender, komm. Nö. Ich werde nicht so gerne auf mich selber. Vor allem das kennen wir doch gar nicht, ne? Das ist neu. So, was haben wir hier? Also, so wie wir starten, ist schon mal komisch. Das ist ja richtig komisch. Aha, also es wäre schon mal abgekriegt. Ja, aber was ich gerade sehe, ist interessant, ne? Das kriegst du danach mit. Auf dem Hangar da oben steht ein fucking Fahrtlader, alter. Morus, hast du gesehen, was ich sehe? Nö. Die Benzinkanister unten drunter? Ja. Die die mitgekommen haben, also... ... ... ... ... ... nein ich will woanders hin der war knapp jetzt ich glaube dass er mal die doch weiter hat bekommen glaube ich hier war noch habt ihr gesehen dass hier oben ja ich habe ihm gesagt da steht ein radlager das ding ist ja richtig geil oder ja hier wurde die ich finde ich findest du im steinbruch die dinger also zumindest hier gibt es zwei etagen aha ja ich denke mal dass er wird nach kauf geschossen weil das wird sowieso ich habe ja ich habe gerade ganz knapp verpasst aber es klappt und ja ein regender woche doch okay so weit weg und dann auch selbst kevin was kannst du eigentlich habe ich noch mitgenommen marcus nein ich hätte in rigor hat mich hier weil ein hat aber der ein hat auf jeden fall noch nicht getroffen alter morgens echt jetzt drei packigen armst vier minuten kann es eigentlich mal runterfallen danke vor allem du wünschst dir das auch noch in den kanister reinzufallen da kommt man an dass das ding das unten noch ganz ist aber vorhin hieß es nur in der regel nur zwei mal auf man ne ich habe sonst immer gewechselt die hat mich ordentlich erwischt die unterhose aber nur die unterhose was unterhose zweimal gewechselt die ziehe ich eine woche an du kannst ja wechseln ich habe ja umdrehen vorne hin vor der hin und dann auf die rücksteilte ich sage kevin weses und dann war ich so noch bei sven unterhose heißt in der regel zwei mal wechseln ooooh leute ich glaube beim nächsten mal werde ich den männlichen charakter wählen da muss ich so eine spielliste machen da kann es aber kein ganz und so reich ja was ich würde da nicht dass du wotten tausend trägst na wenn du kommst drei aufstehen nicht mehr ja jetzt auch viele brauchst du halt aber die macht es einfacher na dann schauen wir mal was hinbekommen wiii ja oh glück gehabt das war knapp aber denkt daran dass wir immer wechseln ja verdammt Mist. Aber auf beiden Hangar stehen Radweiler, nicht so der eine. Haha, fertig. Yes. Wui. Das war tatsächlich der erste Treffer, bitte dich. Das war wahrscheinlich. Die Radlader sind keine gute Idee, die halten nicht viel. Das hat mir auch gerade gedacht. Ich wollte es verband machen. Irgendwie fand ich dir witzig, dass der überhaupt da ist. Ah, wir sind aufs Dach gekommen? Hä, du kannst ja der Seite hochklettern. Ach so, sind doch Leitern dran. Das war gott lustig. Okay, probier uns mal aus. Sozialität gibt es in dieser Gruppe nicht. Nee, ich denke auch nicht. Du könntest auch mal ausprobieren, ob das Ding auch kommt. Dann machen wir gerade mal Feuerstopp und versuchen wir mit dem Radlader mal hochzukommen. Einfach mal wegen Fangfaktoren gerade. Aber ich sag mal so, die Liste ist jetzt gerade wieder, wo man sagen kann, das macht Gaudi. Das war doch ein bisschen. Sehr doller Baum, wie nur geil. Das war jetzt knapp, ne? Oh, ihr wart beide oben, Alter. Ihr wart beide auf meiner Etage. Ich hab mich mal ganz kurz eingeschissen. Ich dachte, das musste öfter. kleiner Hündel. Tschüss. Abt ihr gerade gesehen, den Flip wie ich den Perfect gelandet habe? Ja, sehr gut. ich sag mal so hier auf dem flughafen das so was neu ist das ist der flughafen kippe ich habe einen herrn ist gut wahl 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 entschuldige hier unter in regio entschuldige wohnung ist du mal wenn er auch mal versuchen zu kriegen ja ja ich habe in der ecke ich bin auf dem auf der schräge gelandeten rückwärts gefahren ich bin auf dem stück container gelandet wird die stadtwerke verbindet habe ich schon im riko unter marcus holten kämpfen habe ich aber ich muss ehrlich sagen ja noch knapp 20 minuten ja dann machen wir das doch hinter die runde und dann machen wir feierabend nächste woche könnten wir wieder länger machen ja ich meine wir haben übelst hier konnte ich glaube wir wissen wie ich da durch bin ich habe jetzt heute angefangen das zeug von letztem mal zu schneiden scheine passen oder in den niederlagen machen das reicht auch für dich aus kevin weil die niederlagen jetzt mal wenigstens und persönlich ist ein bisschen besser aber von freundschaft alles gut doch liegt doch durch die gegend das war genau das ding da getroffen übertreibt es ein bisschen er kommt es im kampf jetzt will das wissen scheiße ich bin auch rausgesprungen aber der chat hat mich mit erwischt hat er keine raketen hohen nein wer denn kann man umbringen wer verletzt wird damit könntest du immer nur hier runterreißen wenn du gut fliegen kannst ein nicht in dem den letzten konto gebraucht dann steht er Kevin, machst du uns die so einfach? Ja, scheinbar ist das so. Die Regen ist gerade um die Rakete die ganze Zeit. Ach, er hat doch. Was? Ich denkbar, Kevin. Ja, auf jeden Fall. Wollt ihr jetzt aufhören oder wollt ihr noch eine Runde machen? Ja, wir haben das jetzt gekannt. Wenn das Rennen kommt. Nein, Kevin muss kommen. Ich muss nur die Beine breit machen. Ja. Aber morgens war es glaube ich die gleiche Idee wie ich, oder? Auf den Kanister ziehen, wenn der Kevin kommt. Ja. Los Kevin, die eine Runde machen wir noch mit. Ja, nein, vielleicht... Eine Runde geht noch. Eine Runde. dayft dayft d